Willkommen zurück bei Castellator Mit, ja, der G-Man Invasion in Half-Life, dieser wunderbaren Mod So, ich habe jetzt ein paar Tasten umgestellt, wenn ich jetzt den Special-Maus-Tasten hier drücke Geht das Spiel nicht mehr aus Und ich habe jetzt auch den Sekundärangriff Schön umgestellt, hätte ich mal vorstellen sollen Machen wir mal auf die Scheiße Und auf haben wir so einen riesenlangen Umweg genommen, ha Welcher der Entwickler fand, das ist eine gute Idee Ja, also dann los Bäh Lass mich mal aufkloppen hier die Scheiße Aufkloppen, haha Was ist das? Haben wir noch Grenades? Nein, wir haben keine Grenades Dann kloppen wir weiter Ich kann nur hoffen, dass die Jungs im Lande nach Brawl die Sache hier und da vom Horde kriegen Ja, die Welt ist verloren Lauf mal besser noch nicht weiter, mein guter Freund Jetzt dürfen wir weiterlaufen Sind Sie sicher, dass das der richtige Weg ist? Wenn du nicht weiterlaufen willst, ist das nicht mein Problem Wow Heiliger Frunzel Oh, ein Koffer Was auch immer der getan hat Stippe hat geheilt Oder ist das eine Waffe Keine Ahnung Sonst sehen wir aber nicht mehr Schönes Ding Also du willst also hier bleiben? Schön, kein Problem Also ich will hier weg Tschüss Ich dachte nur um gucken Ach mentee Wo macht diese... Wellos Aber wie funktioniert das Scheiße Ding? Ah Geht mal Vollgas Gehts auch schneller? Nö Sinnloses Überfahren gefällt mir Wir sollten ja raus, wir sollten ja raus, wir sollten ja raus! Boah, der berühmte Welf-Sprung! Warte! Warte! So geht das! So geht das, Leute! Aha! Au, doch nicht! Oder so! Aha! Ich bin gut! Meine Fresse bin ich gut! Ah, da rotzt noch einer! Ja, dann laufen wir mal weiter in dieses, ähm, atomat verseuchte Zeug! Ficke dich! Ich hab gesagt, ficke dich, achso! Ficke dich! Dann tun die Arme weh! Aber trotzdem! Ficke dich! Ficke dich! Aber wir müssen ja, ja, hier! Logisch Denken hilft! Undallloses... Sop! Undi! 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 Toxin Levels 15% Blood Toxin Levels 30% Party? Mh, er 30, aber ok Na, dass ihr Viecher hier mal leben könnt, ne? Au! Bin ich da wirklich hin? Nein! Kein Bock auf die Viecher! Nö, bin dann hin! Nö, nö! 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 Lieber in den Reaktor rein! Nö! 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 Nö, nö! Hallo, Süßer! Hey! Ihr wilden kleinen G-Mans! Warte mal! So geht das! Haha! Oh! So, bevor die Dinger bumm machen, laufen wir weiter! Jetzt darf es bumm machen! Haha! Ich bin zweifel, dass wir hier nochmal hinlösen! Nö! Jahh! Nö! 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 War ein cooles Lied zum Anfang. Ah, da schaffst du's da rum. Irgendwas wieder anzukommen. Oder? Sieht ja nicht so aus, aber es sieht geil aus, das Monster jetzt in Regime in Form. Oh, da war eine Zunge. Habt ich gar nicht gesehen. Mann, das hat sich ja gar nicht gut angehört. Na, das hast du geschafft. Hier drüben, festblei, du aufgeblasener Trätenfisch. Beschäftigt ihn mal. Wenn ich hier runterjampe. Geh weg, aufgeblasener Trätenfisch. So, wir müssen, ähm, Oxygen aktivieren oder was anderes. Ja, warum haben wir die Scheiß aktivieren? Da kann's lustig werden. Na, 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 na. Oder? Nehm die Schnotze. Ah, ha, ich seh euch. Oh, tschüss. Was war das denn da von wegen? Komm mal, Minions, das klang, äh, dieser Song gerade am Anfang, der klang ziemlich geil. Wer weiß, wie dieser Song heißt und von was er ist, schreib es sofort in die Kommentare, schreib es. Das ist ein Befehl von Arim Kashi. Ich will wissen, was das ist, das klang echt geil. Im Ernst, das klang wirklich geil. Wir wissen, von was das ist. Ich will das wirklich wissen. Klamm was mit Minions, also das klang auf jeden Fall nicht wie, ähm, wie heißt, ähm, ich einfach unverbesserlich, das klang irgendwie nach was viel geileres. Weil ich hab alle Filme von ich einfach unverbesserlich und Minions und ich wüsste es, wenn das davon käme, aber schreibt es mir in die Kommentare, bitte, schreibt es mir in die Kommentare. Kurz, wenn anders an. Ich will das nicht wissen, von was das ist. Hallo. Zeit zum Schlafen, ehrlich gesagt. Mach mal ein... Safe. An einer kritischen Stelle, ich hab gehört, F6 ist, äh, schnell speichern, oder? So, muss ich mal gucken, ja? Spitter. Ja, das hier sieht tödlich aus. Das hier sieht sehr tödlich aus. Okay, eins, zwei, drei. Das hier sieht sehr tödlich aus. Wir haben mich, ähm, ein bisschen selbstbeschädigt, aber, ähm, das zu schaffen. So, jetzt sofort, auch voller Dampf. Spring mal rein, jiiiihiii. Ah, schade, ich hätte gedacht, das funktioniert, aber egal. Na, na, na. Hast du mal Bock, hier rauszuspringen? Na komm. Na komm. Na gut, dann schlips jetzt eben. Hä, würdest du mich nicht verrecken? Ah, kleine G-Man-Kakerlaken. Arriba! Bin ich noch vorhin noch so Mexikaner-Hoot-Off? Da erinnere ich mich. Leute, sie sind weg! Kleine Mexikaner sind weg! Arriba! Arriba! Time to juice! Achtung, ist so ne Mistkröte! So, ich glaub, damit haben wir's ja geschafft, ne? Ja, Fuel und Oxygen läuft. Und ich glaub, wir müssen nur noch Strom mal haben, ne? Ich glaub, das war Fuel, Oxygen und Strom. Ja, ich weiß, ich hab mir grad, ich hab selbst wehgetan, ich weiß es. Perfekt! Perfekt! Da mal rein! Oh, da kommt er ja schon. Oh Gott, einer der uns ist gestorben. Ach, Nix, ich halte dich in Erinnerung. Nix! 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 Halt dich scheiße auf! Meine Güte! Dann mach ich noch mal kurz, kurze Selfie, ich weiß nicht, ob ich noch überspringen kann. Aber es sieht weit aus. Okay, lassen wir uns versorgen. Ich glaub, ich hab einfach nur wieder meine Ahnung. Yo! Warte, lass dich verhindern. Jihiii! Was soll dich verhindern? Wow! Stimmt ja, der war ja da. Oh, ich hab mich jetzt voll erschreckt, dass er auf einmal angerannt kommt. Oh, hab ich mich jetzt erschreckt, dass er auf einmal angerannt kommt. Ich erschreck mich voll. So, du dreckst, wie? Am Spiel weggeleitet. Ouch. Ouch! Na toll! Aber das Wasser steht nicht unter Strom. Gut, aber es wird nicht unter Strom stehen. Halt, Moment. Hast du gerade den Jübel gekommen? Nein, das war die Munition. Oder? So, mein Minion. Kann man anfangen, ne? Oh, das reicht mir. Das reicht mir. Ah, schön, wir haben die Schechs angeschaltet. Ich habe ein komisches Gefühl bei dem Ding. Ich habe ein sehr komisches Gefühl bei dem Ding. Warum war das klar? In Ruhe schon mal nachladen. Warum war das so klar? Ah! Nein! Ich würde es mal. Ich würde es mal schnell. Danke. Sie würden sich das wahrscheinlich nicht nochmal... Gehen Sie vor. Was meinen Sie? Sollen wir hier ein bisschen warten? Hm, der Dimensionstraben überträgt definitiv organische Materialien. Ich hoffe, dass Nira erwartet, dass ich den Generator starte. Smithers ist drunter gegangen und nicht wieder aufgetaucht. Das war's. Ich habe's. Drehender Fahrstuhl Ach, sowas freuen wir uns immer Wirklich Warte, warte, warte Müsst du passen? Ah, gut Hey Ah, okay, das Ding soll runterfegen, okay Schon geblickt Das ist mein Versteck und ich gehe hier erst weg Sie haben sich die Situation dramatisch verbessert Gehen Sie jetzt weg und sagen Sie niemandem, dass ich hier bin Ja, Smithers, fang an zu heulen Ah, jetzt steht das unter Strom, oh, okay Jetzt haben wir hier Strom, Smithers Die Heulsuse Alter, bist du so ne Heulsuse Was? Was? Ne? Ne? Kein Mitleid mit so einem Nein, nein, nein Der nicht helfen will Der sich verstecken würde, ne? Kein Mitleid mit so einem Was? Plus und Minus Anode und Kathode Jetzt aber raus hier Weist hier Oh, die Erste Oh, fuck Wir hätten's so weit geschafft Nääääääääääääääääääääää Bis gleich. Oh nein nein nein. Wärte wärte wärte. Ist was? Nein das ist unheuerlich. Nein. Ich will nicht einer von diesen Youtubern sein, die andauernd alle schneiden. Nein das machen wir jetzt so! Nein! 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 Ich wenn das aber total behemmerkt, wenn ich jemanden zugucke. Weil er immer schneiden muss! Immer! Wenn ich scheiße. Das hatte ich, ich habe sogar letztens hier, ähm, gesehen, ähm, ein, jemanden, den ich regelmäßig eigentlich zugucke, ne, ein ziemlich interessantes Horrorspiel, ne, auch so Snuff-mäßig, so irgendwie noch geiler gemacht, und da hat er einfach mal, fast nach drei weggeschnitten, ne, also, das ist ein Triffenabschnitt. Ausgezeichnet, jemand hat die Energie wieder voll hergestellt, jetzt kriegen wir die Maschine in Null, kommen wir nichts wieder ans Laufen, ein Fehlschlag von dieser Größenordnung ist extrem unwahrscheinlich. Okay, bei mir hat das so gerne, ne, von wegen, ich wollte dann wissen, äh, wieso, wo weiter geht's. Na, keine Sorge, ich bin Arzt. Aber wie, wenn man das jetzt schafft, aber, ich habe das Spiel ja auch. Ja, weil ich so begeistert von war, habe ich mir das auch geholt, und zwar kostenlos. Und da dachte ich mir einfach nur, äh, 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 wissen möchte, wie das Spiel heißt, das schreibe ich euch gerne in den Kommentaren, wenn ihr mich fragt. Aber nur, wenn ihr mich fragt. Ach gut, es ist schon, es ist immer noch tot. Jetzt wird mir klar, wie viel die Kisten sind. Jetzt wird mir das deutlich klar. Ah, mein Gott, ich werde noch krank hier. Aber ja, jetzt wird mir echt klar, wie viel die Kisten sind. Sollst du einen Weg da rausbauen. Ah, 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 ah. Wir haben schon 24 Minuten, ja, ich mach noch umbilden, nur ne Minute. Ah, okay, okay, ja, okay. Dank Feuerverständnis. Das erklärt jetzt vollkommen, wie viele Kisten da sind. Ich habe mich schon gefragt, wofür braucht man die? Ah, ich wisse das. Ah, weil da kannst du nicht schieben, okay, und hepp. Ah! Das muss doch zu schaffen sein. Selbst wenn ich das nur mit Eindach probiere, ne? Wir probieren das, aber wir müssen doch irgendwie zu schaffen sein, über den Hochspann, über diese Hochspannung drüber zu kommen. Ich habe keinen Bock, einen Schieb zu erwenden, oder so. Aber ich muss echt mal wissen, was ist, das war dieses eine Lied, von wem war das? Was war das? Irgendwo über das Dominion, keine Ahnung. Ich will wissen. Ah. Bleeding has stopped. Ja, das Leben hat angehalten, ja, schön. Ich weiß, dass wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Kastlater haut rein. Dann schaffe ich jetzt hoffentlich einmal darüber. Bis dann. Dann lass den Kommen, ihr noch nicht. Ich will wissen, wie ihr das Lied heißt. Sagt es mir. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.